So, was ist hier? Nichts. Gut. So, jetzt aber. Aua. So, jetzt nehme ich mir die Axt. Äh, die. Alter, Schwede, hat die mir, hat der mir abgezogen. Äh. Boah. Was ist denn jetzt los hier? Äh. Schrift, äh, Essen. Fuck, ein Drache, ey. Ich hab doch nichts mehr zu essen. Das ist das Blöde, ey. Lande bitte, ey. So, komm. Komm her. Ja, speichern, schnell. So, ich hab gespeichert. Aua. Meine Fresse. Was hat der dabei? Gold. Nimm ich einfach mal mit. Ich brauch auf jeden Fall jetzt was zu essen. Und jetzt kann ich auch wieder die, äh, äh, das. Scheiße, ich trage zu viel. Was hab ich denn hier mitgenommen? Bekleidung, Waffen? Da, die brauch ich doch nicht. Ähm. Hä? Ah, die Macht des Drachen ist euer. Eindeutig. Ihr seid das Drachenblut der Prophezeiung. Ja, danke, dass du das jetzt erst erkennst, Espan. Danke, dass du das jetzt erst erkennst. Ich kann nicht mehr erinnern, das ist doch scheiße jetzt. Kleidung, Waffen. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. So, okay, dann geht's los. Wir müssen, wohin? Da will ich jetzt auch hin. Oh, ne, das ist nur ein Turm. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh. So, wo muss ich, hä? Wieso ist das denn jetzt so schwierig, irgendwo den Weg zu finden, wo ich hin muss? Da hin wahrscheinlich. Das ist jetzt echt krass, wie die mich jetzt fertig gemacht haben, da. Da rein. Ah, Karte, Spitze entdeckt. Sehr schön. Oh, angekommen. Nord sind zu 50. Das war zu schnell. Lauf doch nicht vor. Oh, hallo. Wer ist da? Ich muss jetzt alles immer nachgucken. Mal da zum Beispiel. Nein. Wo sind sie denn? Ach da. Oh, jetzt sind die runtergefallen. Scheiße. Aber hier zum Beispiel Gold. Dabei. Mit Thor. Heilungstrank. Sehr schön. Und die wissen auch, wo es hingeht, ne? Die laufen mir ja voll die Nase weg. Das ist ja gut, dass sie es machen, aber... Alter Schwede. Wow. Das sieht gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Ein Rätsel schon wieder. Das sind definitiv frühe Akaviri-Steinarbeiten. Wir müssen diese Brücke herunterbekommen. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja. Das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Danke, dass du dich voll vor mich stellst. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Das ist aber nichts. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Auf welcher Säule? Sag mal. Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht gegen die Rückkehr des Drachenbluts versiegelt wurde, dürfte ich nicht auf dieses Symbol drehen. Ich hab ne Brücke her. Ja. So, dann gehen wir vor, weiter es dann. Oh, der Ränder einfach durchspinnen wir ihm durch. Das ist ja auch egal. Wartet. Warum hört ihr auf? Och nein, fallen. Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Hm, S-Bern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Ja, ne. Beide vorsichtig. Soll ich hin vorgehen, oder was? Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Ja, und woher weiß ich, welchen Weg ich gehen soll? Seid vorsichtig. Drachenborn-Symbol. Das ist das. Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Guck mal, das geht. Das Drachenborn-Symbol. Das ist sehr gut. Ich weiß das. Ich weiß den Weg. Seid vorsichtig. Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir hin. Ja, ja. Ich nehme an, dass die... Das finde ich jetzt gerade kacke. Ich kann mich da nicht rennen. Ich muss irgendwas wegtun, echt. Guck mal hier. Ja. Was kann ich denn noch wegtun? Schlüssel. Bücher. Feuerholz. Feuerholz. Hier weg. Korb weg. Krug weg. Schale weg. Schale weg. Tablett weg. Alter. Ist ja voll scheiße immer mit den... Bin ich vielleicht schon eine Stufe aufgestiegen? Auch mal wieder? Nee. Schade. Schriftroll. Zauberhandel. Kleidung. Vielleicht muss ich auch ein paar... Oh. Ich schwör. Zauberhandel. Veränderung. Das gibt's doch nicht. Zutaten. Lavendel. Was hab ich denn hier noch? Klar, das ist ein Stein.